So, da sind wir mal wieder. Hat lange Zeit gedauert. Sehe ich gut aus. Ich sehe... Ich sehe ja richtig gut aus. Es ist wieder soweit. Wir sind hier bei einem Q&A, nennt man es hier auf YouTube. Was im Prinzip so viel heißt, wie dass ich eure Fragen beantworte in den Kommentaren. Das hat es lange Zeit nicht gegeben. Deswegen die erste Frage. Ihr habt sie sicherlich auch gestellt. Oder zumindest euch selbst gestellt. Und ich stelle sie mir jetzt mal. Warum so lange nichts? Da gibt es einen Lockdown. Und dann heißt das auch, von Gotti ist auch ein Lockdown. Mehr oder weniger. Ich habe nur ein paar Videos rausgebracht, weil ich in der Zeit tatsächlich viel gedreht habe. Da drehe ich viel und dann kommt wenig raus. Was für ein Widerspruch. Aber ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Teilweise auf Instagram in den Storys und so weiter. Ich habe auch viel mit den Kevin Gebhardt gedreht. Und nun ja. Auch viel für das Fitnessstudio dort gedreht. Und in der Zeit tatsächlich habe ich auch gemerkt, so ein bisschen hat es an meiner Motivation auch geschraubt. Ich habe Hälfte Heimtraining gemacht. Hälfte dort natürlich trainiert, wenn ich dort auch gedreht habe. Aber nun ja. Ich hatte auch das Gefühl, eine Zeit lang, dass jetzt YouTube-Videos zu machen über Fitness vielleicht eher demotivierend wirkt. Aber gut. Damit kann ich mich auch absolut geirrt haben. Und zwischendurch war ich auch zweimal in Tansania für unsere NGO. Das habt ihr vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen. Also es ist viel passiert. Keine Ausreden mehr. Jetzt geht es weiter. Ich habe mir hier ein paar Kommentare rausgesucht aus den letzten zweieinhalb Monaten. Und fange jetzt einfach wahllos mit ein paar an. Denn ich habe gemerkt, ein paar Sachen kann man speziell aufbereiten. Zum Beispiel nur Kommentare. Da waren wirklich ein paar tolle Würzige dabei. Zum Sascha-Huber-Video und dergleichen. Nun ja. YouTube lässt grüßen. Aber dafür wird es wieder unterhaltsames Material dann dazu geben. Und das werden sicherlich unterhaltsame Videos, wenn ich die Kommentare durchgehe. Hier haben wir den ersten Kommentar von Internet High. Hast du einen Deal mit Red Bull? Nein. Noch nicht. Beat Tommet. Hi Gotti. Danke für den hilfreichen Tipp. Ich habe eine etwas spezielle Frage und möchte gerne deine Meinung dazu hören. Bei mir ist die rechte Bizepsader richtig schön sichtbar, während links kaum was zu sehen ist. Kraftmäßig und von der Höhe. Breite sind jedoch beide ziemlich gleich. Hat dies mit der Genetik zu tun? Oder was kann ich noch machen? Ja. Zum Großteil ist es die Genetik. Genetik ist nicht immer nur wie ein Muskelwechs, sondern das spielt eine ganze Menge mehr eine Rolle. Natürlich kann es auch sein, dass etwas passiert ist. Denn deine Bizepsader wird vor allem gespeist auch vom Pump über deine Schulter. Und das ist direkt der engste Kanal, den du an deinem ganzen Körper hast. Deswegen entstehen auch so viele Schulterprobleme aufgrund der ganzen Sehnen und Venen, die quasi genau dort gebündelt durchlaufen. Durch einen sehr engen Kanal und durch das komplexeste Gelenk an unserem Körper anschließend in den Arm. Jetzt kann es sein, dass dort mal irgendetwas verengt ist. Und durch die Verengung kann etwas passieren. Kann sich eine Vene mehr aufplustern im Laufe der Zeit oder weniger. Es kann eine ganze Menge körperliche Reaktionen geben. Und deswegen kann so etwas auch passieren. Aber ansonsten ist es Genetik. Wenn man sich mal anschaut, dass ein Jay Cutler, ein Biest vor dem Herren, relativ wenig Adern auf dem Arm hatte, bis gar keine. Und ein Ronnie Coleman, eine Ader, die so dick ist wie mein Finger, wie mein Daumen. Dann merkt man ziemlich schnell, das hat nicht unbedingt was mit der Muskelmasse und mit dem Training zu tun. Deswegen, da macht dir keine Gedanken und keine Sorgen. Das ist eine Genetik-Sache in den meisten Fällen. Wenn du ihn gut ansteuern kannst, der Pump okay ist, du keine Taubheitsgefühle sonst im Alltag hast, ist alles in Ordnung. Ich nenne dich mal Kinski. K1N5K1. Absolut. Die Videos auf deinem anderen Kanal sind schon sehr beeindruckend. Dieses hier, Gerti Lifestyle-Kanal, schaut mal rein. Dieses hier geht in eine völlig andere Richtung und ist nicht minder unterhaltsam. Echt stark. Philosoph, Bodybuilder, Weltreisender und Filmemacher. Beeindruckend. Warum habe ich diesen Kommentar jetzt vorgelesen? Ist da eine Frage drin? Hast du ever gesehen, einen Bodybuilder, der reinträchtigt? Oder einen Reinträchtiger, der sieht wie ein Bodybuilder? Oh, nein, 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 nein! Nein! Ich meine, in real life. Follow the very first traveller who's really good in bodybuilding Or the bodybuilder who travels the world The Travelling Mass Monster The Travelling Bicep Ach, figure out by yourself Er hat, und deswegen ist dieser Kommentar hier drin Zunächst einmal würde ich vorschlagen, dass du bei den Liegestütz noch irgendeine Übung zusätzlich hinzufügst Nur Liegestütz zu machen für die Brust ist im Gegensatz zu dem Volumen für die anderen Sachen recht viel Man muss sich mal vorstellen, gut, du hast die Satzzahlen nicht dazu geschrieben Aber hier ist eine Übung drin für die Brust Und eine Übung Trizeps drücken quasi für den Trizeps Und die Diamantliegestütz gehen auch sehr stark auf den Trizeps Das heißt, du hast grundsätzlich so viel Übung für den Trizeps Diesen kleinen Muskel hier, wie für die Brust Und der Trizeps ist bei der Brust auch noch dabei, umgekehrt nicht Also insofern fast das Dreifache dafür Da würde ich was dran ändern Mach noch, wenn du es kannst, eine Isolationsübung rein Und mit dem Equipment sollte man das können Kein Problem Und ansonsten hol dir noch ein paar Bänder dazu Mach das Dazu gibt es eine ganze Menge Videos hier auf dem Kanal Da findest du was Also bisschen was an der Brustschraube Plan B Klimmzüge liegend an der Dippstange Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll Kann mir aber vorstellen Gut, wenn man vielleicht nicht freie Klimmzüge hinbekommt Dass du das da irgendwie machst Aber liegend ist etwas seltsam Reverse Butterflies Dann Rudern plus Shrugs Die beiden würde ich tauschen Reverse Butterfly ist viel, viel für den hinteren Delta Und ist eine sehr, ja, eine Isolationsübung Nimmt dir aber viel Kraft von der Grundübung des Ruderns Grundsätzlich kann man das machen Aber gerade bei dem Rücken und bei Reverse Butterfly Würde ich empfehlen, das umgekehrt zu machen Und ein bisschen mehr Power für die Grundübung Rudern beizuhalten Dann kommen Überzüge Becken heben Bizeps-Kontraktions-Konzentrations-Curls Langhandel habe ich leider nicht Und für Brust mache ich nicht viel Aber ja, da kommt's Da es meine von Natur aus beste Muskelgruppe ist Und sie für meinen Geschmack jetzt schon zu sehr ausgeprägt ist Okay, dann müsste man das Ganze zurücknehmen Aber achte darauf Dass du nicht auch so viel besser trainiert bist Bei den anderen Sachen Ansonsten, ja, dann macht es Sinn Grundsätzlich also, merkt euch Das sind keine falschen Worte zu so einem Plan Da müsste mehr für die Brust Für ihn, für den Nachenkönig selbst Ist das ein Angleichungsplan Und deswegen sehr individuell ausgelegt Kommen wir zum nächsten Kommentar Von Klaus-Trophobie Wäre cool, wenn du mal ein Video zum Problem Der Enge zwischen Schulter und Oberarm Hatten wir gerade erst Und damit verbundenen Entzündungen Der Supraspinatus-Sehne machen kannst Ein sehr häufiges Problem Und dann ist direkt alles aus Außer Beintraining Wie man das behandelt Wie man Training umstellt etc Danke für die vielen informationierten Videos Und darunter von Nico Arz Fände ich auch interessant Generell Schulterprobleme Also da kann ich vor allem Jetzt mittlerweile auch Leider aus der Praxis sprechen Denn ich hatte viele Jahre lang 19 Jahre lang Keine Schulterprobleme Und vor zwei Jahren hat es mich dann erwischt Und da habe ich auch gemerkt Wie einen das mitreißen kann Denn man kann ja noch nicht einmal Mehr die Arme trainieren Weil ja alles über die Schulter geht Und das hat für ein Jahr angehalten Und ich war noch nie so oft beim Arzt Wie da Nicht wegen der Unbedingten Notwendigkeit Sondern weil ich natürlich Unheimlich dahinterher war Und zum ersten Mal Auch wirklich verzweifelt war Um diese Hilfe zu beanspruchen Ich habe zwei verschiedene genommen Man sollte sich immer mehr Als eine Meinung anhören Und beide haben es aufgegeben Und gesagt Kein Belastungstraining mehr Was völlig falsch ist Das ist das Problem mit Ärzten Wenn die eben nicht sportbezogen sind Holt euch Was sowas angeht Gerade Schultern Immer Einen Arzt Der am besten irgendein Basketball Football Team betreut Oder was mit Sport zu tun hat Der braucht einen Bezug dazu Das ist ganz wichtig So wie ich Bezug zurück Oder Boah schmeckt das gut Deswegen Schulterprobleme Grundsätzlich kann ich nur empfehlen Und wie ich es bekämpft habe Macht weiterhin etwas Das gilt nicht immer Ich kann keine Ferndiagnose machen Manche haben Schulterprobleme Und sollten wirklich für eine Zeit Nicht mehr belasten Aber in den meisten Fällen Und so habe ich es auch geheilt Durchhalten Beißen Und belasten 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 Ich habe damals umgestellt Von nur dreimal die Woche Hart trainieren Auf sechsmal die Woche Mittelschwer trainieren Was bei mir meistens wieder In hart endete Aber Öfters trainieren Die Kadenz erhöhen Und Das habe ich ein halbes Jahr Durchgezogen Und jetzt ist nichts mehr Von den Schulterproblemen da Gar nichts mehr Es ist ein medizinisches Wunder Und das liegt einfach daran Dass man sie benutzt Dass man diesen Kanal Quasi wieder so ein bisschen Freiräumt Durch die Belastung Wenn ihr sie nicht belastet Verknarzt es einfach nur Wird nicht durchblutet Und bleibt trotzdem Verengt Dann ändert man nichts daran Ganz im Gegenteil Es wird nur immer Schlimmer und schwerer Grundsätzlich empfehle ich Ein sehr ausführliches Aufwärmtraining Der Schultern Und zwar immer Wenn diese stark involviert sind Bei manchen von euch Ist es schon bei dem Rücken der Fall Das ist bei mir nicht Aber zweimal Bei zwei Trainingseinheiten Müsste ich das machen Bei der Schultertrainingseinheit Klar Gut aufwärmen Bei der Brusttrainingseinheit Noch wichtiger Richtig gut aufwärmen Was richtig gut aufwärmen heißt Das seht ihr hier in diesen Videos Immer wieder Und da kann ich nur empfehlen Macht sie so warm Dass sie aufgepumpt ist Selbst wenn ihr dann Von eurer Höchstbankdrückleistung Vielleicht Vielleicht Muss gar nicht sein Kann sogar sein Dass ihr mehr macht 5 Kilo verlieren würdet Draufgesch Muss gar nicht sein Hauptsache die Schultern sind warm Und ihr seid verletzungsfrei Und ihr werdet trotzdem Einen besseren Pump bekommen Also für das Muskelwachstum Ist es gar nicht so viel wichtig Dass ihr diese 5 Kilo mehr drückt Wenn ihr da dafür gut ausführt Und einen guten Pump Und ein gutes Muskelgefühl habt So Und deswegen Aufwärmen Wie würde das aussehen Die Schulterrotatoren Ich habe das vorher Mit der Methode gemacht Habe dann aber auch irgendwo mal Gesehen und gelesen Das wäre nicht so besonders gut Und muss auch sagen Erst seitdem habe ich mich verletzt Seitdem ich das gemacht habe Mache ich nicht mehr Jetzt mache ich die Die mir Physiotherapeuten empfohlen haben Seht ihr immer Davon 2 Stück Richtig gut konzentriert 20 Wiederholungen Muss gut reingehen Ich nehme nur 2-3 Kilo Das reicht schon Das ist keine Übung Das ist zum Warmmachen Der Schulterrotatoren Danach geht es über Und ich mache die ganzen Schulterköpfe warm Mit Seitheben Ordentlich Seitheben Und danach gehe ich Das spezifische Aufwärmen Macht ihr also Bankdrücken Oder Schulterdrücken zuerst Gibt es auch nochmal So ein bisschen was Für die Übung Entsprechend selbst Vor der Brust Habe ich tatsächlich 4-5 Aufwärmsätze Erinnert euch Ich fange mit 6-7 Wiederholungen an Deswegen braucht man auch noch Erst recht viele Aufwärmsätze Aber es kommen knapp 50-100 Liegestütze zusammen Es kommen dann noch 3 spezifische Aufwärmübungen Für die Brust Also Beispiel Ich fange mit 50 Kilo Kurzhantel Bankdrücken an Dann wärme ich mich auf Ab 25 Kilo 25 Kilo Drücke ich 20 Mal Dann drücke ich 30 Kilo Dann drücke ich 35 Kilo Dann drücke ich 40 Kilo Vielleicht sogar noch einmal 45 2-3 Wiederholungen Und dann gehe ich an die 50 Es ist ein Randtasten Und ihr seht Das sind eine ganze Menge Aufwärmsätze Es können auch mal 5 Aufwärmsätze Spezifische sein Plus 2 Aufwärmsätze Liegestütz Um Blut rein zu bekommen Plus 4 Aufwärmsätze Für die Schultern Das kann ich nur empfehlen Und das Training Und das Training macht sogar mehr Spaß Am Anfang dachte ich Oh mein Gott Ich bin zum Glück nicht verletzt Muss ich nicht machen Denkt ihr jetzt vielleicht Nein Es bringt etwas Zum einen Weil er auf Dauer Einfach die Schulter Ein wenig besser vorbereitet Zum anderen Ihr könnt den Muskel besser ansteuern Es macht sogar mehr Spaß Im Training Kann ich nur empfehlen Und so kann man dem Ungefähr vorbeugen Beziehungsweise Das auch so ein bisschen auskurieren Und zu guter Letzt Alexander Lambertucci Servus Gotti Kannst du mal von deinen Erfahrungen Zum TUT Time Under Tension Training was sagen Muskelaufbau Durch eine Spannung Von 45 bis 60 Sekunden Kurze Satzpausen Vielen Dank Grundsätzlich Alexander Ist TUT Kein Training Also es gibt nicht Das Time Under Tension Training Time Under Tension Ist ein Begriff Der eigentlich nur Einen 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 Ja Einen Teil des Trainings Bezeichnet Also so wie Das Wort Wiederholung Oder Satz Es gibt nicht das Satztraining Oder das Wiederholungstraining Time Under Tension Ist die Zeit unter Muskelspannung Und die kann kurz sein Die kann lang sein Das heißt es einfach nur ein Fakt Wir reden hier von Muskelspannungszeit Und wenn ich dich frage Wie hoch ist deine Muskelspannungszeit Dann würde man das ungefähr sagen Meistens beschreiben es die Leute mit So was wie 4.1 4 für die positive Phase Beim Bankdrücken zum Beispiel 4 Sekunden lang Eine für die negative Oder 4.2 Oder 5.3 Und so weiter Das ist die Time Under Tension Jetzt gibt es das Prinzip Dass die Time Under Tension Einen gewissen Korridor ausschöpfen sollte Von bis Nicht zu kurz sein Nicht zu lang sein Für den Muskel Man will ihn weder übersäuern Noch will man ihn so wenig ansteuern Dass man einfach Auch gar kein Blut reinbekommt Und quasi keinen Reiz setzt Und deswegen ist es hier ein reiner Sachverhalt Grundsätzlich soll man darauf achten Auf die Time Under Tension Und gucken, dass man sich in diesem Korridor bewegt Heißt also Für den Rücken wird es wenig bringen Wenn ihr zwei Ruderwiederholungen macht Explosiv anzieht Explosiv fallen lasst Und das zweimal Ihr werdet davon keine Muskeln aufbauen Die wenigsten von euch Fast gar keiner von euch Hingegen jemand Der die ganze Zeit Das statisch auch hält Und irgendwie zwei Minuten Da dran ist Wird damit auch Eher Schwierigkeiten haben Über ein gewisses Level hinaus zu kommen Seid ihr aber in einem gewissen Korridor Und habt eine Time Under Tension Die eben losgeht Bei ungefähr 40, 50 Sekunden Angenommen ihr macht Sechs Wiederholungen Beim Bankdrücken Und habt dann So eine Ja Drei Sekunden positive Phase Oder sagen wir mal Die positive Halte ich hier mehr von Ist relativ schnell Eins, zwei, zwei Sekunden Und dann zurück Lasst ihr das schon langsamer Drei bis vier Sekunden Und das Ganze sind dann Insgesamt ungefähr sechs Sekunden Und wenn man dann Sechs Wiederholungen macht Sechs mal sechs Dann habt ihr 36 Das ist so ungefähr Ein Satz Das geht an die 40 Sekunden Ab da sollte es losgehen Kurz darunter Ist es mehr der Kraftbereich Und viel weiter darüber Wie gesagt Auch ein Ausdauerbereich Der nicht zum Muskelwachstum Rühren wird Haltet euch so grob An diesem Korridor Und dann beachtet ihr Zumindest Die Erkenntnisse Vom Time Under Tension Jetzt gibt es immer wieder Da draußen ja Leute Die mit anderen Sachen Auch Erfolg haben Kann passieren Aber die breiteste Masse Von euch Die auch breit werden möchte Wird genau so eine Time Under Tension brauchen So Das war es jetzt erstmal Jetzt kommen wieder Regelmäßiger Videos Und Es gibt noch eine ganze Menge Kommentare offen Die auch noch beantwortet werden Dies jetzt erstmal Das war es soweit Wenn euch das gefallen hat Lasst mir einen Daumen da Schreibt in die Kommentare Was ihr wissen wollt Jetzt kommen wieder ganz viel Q&A Videos Ganz viel Kommentar Videos Und die leben von euren Kommentaren Fragt mich ruhig Ihr habt hier die Möglichkeit Einen der besten Personal Trainer Aller Zeiten Zu fragen Also tut es Nutzt die Gelegenheit Und füllt mit mir zusammen Die Videos hier Ansonsten Damit ihr es also auch nicht verpasst Abonnieren Und Glocke aktivieren Und ansonsten Sehen wir uns bald wieder Macht's gut Bis bald Euer Gotti Bis bald 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 Bis zum nächsten Mal.